Was ist denn da? Da war es eine Festung! Ja! 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 Damit her und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC vor 48. Wir haben das Dorf hier freigeräumt jetzt mal. Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Na, endlich! Aha. Ich habe mein Versprechen gehalten, Gräber. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theod Ford wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir Est-Engler vielleicht retten. In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürb zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castellbuch. So, mit erobernem Stahl ist abgeschlossen. Wir kriegen wieder zwei neue Bündchen. Die tosende Wut der See. Noch mal ganz kurz glotzen hier. Was das ist? Theod Ford ist gekommen. Nun sollte ich zu Finn in unserem Vorposten stoßen. Ach, das sind wieder so ne... Trantüten hier. Und hier? Das sind nur Informanten. Freue ich nicht. Hallo, du. Suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Nein. Nein. Danke. Später vielleicht. Okay. Mit erstmal Fertigkeiten. Hier gucken. Gehen wir diesmal mal hier hin. Einfach mal. Bärerschaden. Perfekt. Fähigkeitsschaden. Schleichangriffschaden. Naja. Passt ja schon soweit. Codex. Tutorials. Ja. Ich will nur mal hier, dass die äh... Dass das weg geht. Auch hier sind schon ein paar Hinweise langsam offen. Die Leier. Und das hier ist der unentdeckte Großmagister. So. Hier haben wir auf jeden Fall den Redwald. 90er Stufe. Also da müssen wir noch mal ein bisschen machen. Hier oben haben wir schon fast zwei Hinweise. Der ist schon weg. Wiegmund. Es geht etwas voran. Etwas. So. Nächster Engler. Brütsclan hat im Kastell Zuflucht gesucht. Wir werden dort sein. Ah. Da ist auf jeden Fall noch ein Turm. Den müssen wir mitnehmen. Und das hier ist näher dran. Deswegen. Reisen wir von dort zum Turm. Ja. Was heißt Turm? Geht schon wieder von Snowrunner. Zu dem Aussichtsding. Wie auch immer das heißt. Ist sogar da. Diese Burg. Ist ein bisschen. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Zur Kartenmarkierung gehen. Wunderbar. Genau das wollte ich. Lass mich mal bitte. Danke. Äh. Pfeifen. Das ist ja schon. Geht ja flott. Super. Das ist ja auch nicht allzu weit weg. Ich sag nicht. Aber es reicht schon. Oh. Also das ist scheinbar feindlich. Ah. Oh. 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 Okay, ist schon... Nice, hier. Aha, hier ist sogar... Arig, Rüd behauptet, wir hätten beim letzten Raubzug Beute gemacht und ihm seinen Anteil vorenthalten. Du weißt, dass wir nichts gefunden haben. Die sächsischen Bauern müssen es versteckt haben. Finde es, bevor Rüd uns verbannt. Oder Schlimmeres. Einer der Farmer sprach von einem unterirdischen Gewölbe, doch er hat mein Verhör nicht überlebt. Finde es, Arig, bevor Rüd uns findet. Auch nochmal das Ding von da oben. Dann machen wir das jetzt einfach. Ach, gar nicht brauche ich. Hello. Ich gehe da einfach runter, also... Ich will ja hier nichts irgendwie... Oh, Bocke. Man hört auf jeden Fall... Ihr den Schatz? Okay, das war sogar hier so... ...absichtigt. Oh, geil. Blitzschnell. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Ah, mal hin. Ja gut, war jetzt nicht so ein großer... ...Schatz, aber... ...ist er dann auch erstmal... Okay. Okay, kletter doch einfach wieder... ...wieder raus. Das passt. Ach, da sind sogar Gegner. Ja. Ja. Sehr quitscht. Ja. 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 natürlich habe ich einfach ab alter glaubst du eigentlich so jetzt sammeln wir noch unseren turm hier ein dann marschieren wir richtung mission aber schön dass ich einfach das rätsel für sie gelöst habe während sie einfach da waren und sie haben einfach nichts gemerkt ich habe euren schatz schon sorry 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 aber so viel war das jetzt nicht das freut mich dass das spiel ready to play ist ich habe es schon ewig durchgespielt aber ist egal so synchronisieren synchronisierung abgeschlossen so dann machen wir jetzt mal wieder an natürlich selbstverständlich so da sehen wir es schon sehr schön es kam aus elmenham bald es muss dort eingetroffen sein die flotte der brüder versammelt und bereit sehr schön die kunde von deinen taten in der fort hat sich verbreitet wie ein laufeuer nicht schlecht nicht schlecht männer aus ganz es engler strömen herbei und unsere schiffe sind bereit teotforts grebe ist mit uns seine leute werden bald hier sein mehr als seine das horn aus kuningsrast hat männer aus dem ganzen reich angelockt wir bekommen das her dass wir brauchen anscheinend hat auswalt schließlich doch bekommen was er wollte sachsen und dänen vereint für dieselbe sache eine schande dass er es nicht mehr sehen kann die streit macht ist bald bereit bist du bereit für den angriff das bin ich castellbuch ist unser ziel man sagt es wäre uneinnehmbar gut sollen die sich in falscher sicherheit wiegen im schutz der nacht wird bald ist die für zum haupttor führen sobald rüts männer abgelenkt sind greifen die anderen vom wasser aus das seetor in ihrem rücken an und sobald wir drin sind lassen wir kein tor verschlossen rüts männer dürfen sich nicht verschanzen dein langschiff ist es bereit es wartet auf seinen besonderen ruhm sie brauchen ein wort von dir diese lande die ihr eure heimat nennt stehen kurz vor dem untergang verbrannt und geplündert durch rüts klan gezeichnet von endlosen kriegen doch heute kämpfen wir für sie heute holen wir sie uns zurück und morgen bauen wir sie wieder auf wer ist engler ist engler heute ist der große tag heute befreien wir ist engler von rüts klan ein für alle mal und Okay, wir können scheinbar sogar steuern. Ist klar, jetzt geht's ab, Alter. Ich reite das flammende Seeros gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer, der Brandung brennt, um einen Ruhm zu nähern. Ab geht die Post, Alter. Jetzt machen wir sie platt. Ja, wir machen sie trotzdem platt. Richtig platt. Guck mal, wie viele Schiffe wir sind, Alter. Oho, mein Gott. Oho, mein Gott. Ja, Junge, wie viele. Macht ja auch wieder Sinn, Alter. Festhalten! 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 Jetzt! Festhalten! Festhalten! Vorwärts, mach die Ramme bereit! Wir müssen dieses Tor öffnen! Haltet euch für was Großes, was? Los, Ränder! Wir müssen das Tor öffnen! Wir werden alle drei! Das ist keine Sache! Was? Das tut es mir! Nicht hier! Erinnerst du dich an Draghis Doppelstuhl? Ja! Das mir! Die Treffer zeigen, wer kommt! Hör! 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 Nein! Du bist tot! Tot! Hör! Das ist mein Ende. Ist nicht viel schlauer? Ja? Das ist eine Schlacht, du. Das ist eine Schlacht, du hast eine Schlacht. Das ist eine Schlacht. Das ist eine Schlacht. Das ist eine Schlacht. Ich brauche Hilfe bei diesem Wort. Auf! Kaputt machen! Ja, ja, ja. Ein, zwei Schläge noch. Aber er hat eine Festung, ey. Asphalt. Er lebt. ASPAULT LEBT! Hey, warum bist du das? Halt dein Maul hinpflegen! Halt durch! Das dauert nicht lang! Sorgt euch nicht um mich! Du musst... Weig du nah! So weit ist es also gekommen, Wolfsmall? Zwei Dänen köpfen nur bei den dreckigen sächsischen Hurensorten! Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir! Und das, Freunde, machen wir direkt in der nächsten Folge. Da geht's nämlich an genau dieser Stelle weiter. Tausendlagen wieder festzuschauen! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Nachdem der له! In der nächsten Mal! Nachdem! 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 Untertitelung des ZDF, 2020